Der Weltraum, unendliche Weiten. Innerhalb von mehreren Millionen Jahren entstehen hier Planeten, Sterne, Sonnen und Monde. Seit 26. November gibt es ihn nun, den neuesten Planeten in unserem Sonnensystem, den Planet Planei. Entstanden ist er in nur 220 Tagen und stellt das Eingangsportal zum Skigebiet Planei dar. Nun wird er von einer besonderen Spezies besiegt, dem Wintersportler. Mani, mani, mach mal Pause, schwing ins Glück. Wir befinden uns hier an der zentralen Stelle des Planet Planei. Alles, was einen Urlaub noch urlaubswerter macht, wird hier angeboten. Den One-Stop-Shop kann man eigentlich mit einem Flughafen vergleichen. Man fliegt zwar nicht fort, aber es geht hoch hinaus. Direkt auf die Planei. Und alles, was Sie dafür brauchen, bekommen Sie hier. Der Tourismusverband ist vor Ort, ebenso wie ein Outdoor-Anbieter. Natürlich erhalten Sie auch alle notwendigen Informationen für Ihren Urlaub sowie Tickets. Fehlt Ihnen noch das ein oder andere für Ihren Urlaub? Hier im Intersportlanei finden Sie alles, was das Herz begehrt. Egal, ob zum Kaufen oder zum Ausleihen. Hier werden Sie perfekt für Ihren Skitag ausgerüstet. Im Planet Planei wird sogar das stille Örtchen zum Naturerlebnis. Um Ihre Lieblinge sicher zu verwahren, befinden Sie sich im Untergeschoss des Planeten 440 Ski-Saves, die Sie mithilfe Ihrer Skikarte öffnen und schließen können. Das neue Skirock-Café im Planet Planei ist der Treffpunkt für alle, die es sich einfach gut gehen lassen. Und genießen wollen. Und jetzt geht's direkt zur Planei-Seilbahn. Der Einstieg für Ihren perfekten Skitag. Bis zu 12.000 Personen schweben hier täglich auf die Planei, dem Zentrum der Vierberge-Skischaukel. Bevor Sie nun in Ihr Glück schweben, zeige ich Ihnen etwas, was nur wenige zu sehen bekommen. Die Kommandezentrale des Planeten. Hier befinden wir uns in der Google-Lounge, dem Rückzugsort für kreative Köpfe. Modernste Technik findet man auch im Seminarraum des Planeten. Das ist es, das neue WM-Studio mit 360 Grad Rundumblick. Hier im WM-Studio wird während der Albinen-Ski-WM 2013 live moderiert. Das Besondere ist, dass man hier direkt in Richtung Zielhang sieht. Wir freuen uns bereits auf Ihren Besuch. und wir freuen uns auf Ihren Besuch. Awareness.